Matteo Bandello Wie eine Dame einem Edelmann einen Streich spielte und wie er ihn ihr doppelt heimzahlte. Es sind nicht gar viele Jahre her, dass in einer Stadt der Lombardei eine sehr geschätzte Edeldame lebte, welche äußerst reich verheiratet, aber so launischen und verschlagenen Sinnes war, wie es sich für eine Dame von solchem Ansehen gar nicht schicken wollte. Es erfreute sie ungemein, die Männer zum Besten zu haben und öfters einem recht übel mitzuspielen, dann aber in Gesellschaft anderer Damen, sich über den und jenen lustig zu machen, so dass es keiner der vielen Herren, welche in der Stadt waren, wagte, ihr mit Liebe zu nahen und mit ihr zuvertrauten Umgang zu haben, denn da sie so spöttisch und spitzer Zunge war, so sagte sie auch alles heraus, wie es ihr in den Sinn kam. Es mochte sein, wer es wollte, er erhielt seinen Teil und keiner ging ungeneckt davon. Da es nun in der Tat jungen zierlichen Männern nicht ansteht, mit Damen zu streiten und sie durch Worte zu bedrängen, denn wir müssen sie immer achten und in Ehre halten, so flohen es beinahe alle, mit ihr zusammenzukommen, wohlwissend, wie zügellos und schneidend ihre Zunge sei, und dass sie keinen Menschen schone. Bei allem war sie aber sehr schön, und in allen Teilen, welche zu einem schönen Körper gehören, so wohlgebildet, ihr Betragen so einnehmend, ihr Tun so voll Anmut, Grazie und Reiz, dass jeder Blick, jede Bewegung, jeder Wink ein gewisses Etwas an sich hatte, das unwiderstehlich hinriss. Ihr Wesen war so wunderlieblich, dass in der ganzen Lombardei ihresgleichen nicht zu finden war. Einige junge Herren, welche die Eigenschaften der Dame nicht kannten, hatten es gewagt, ihr schön zu tun und von Liebe zu sprechen. Dieser entledigte sie sich, nachdem sie sich eine Zeit lang an ihren süßen Blicken geweidet hatte, bald mit dem, bald mit jenem Streiche, den sie ihnen spielte, in solcher Weise, dass die unvorsichtigen Anbeter elendiglich verhöhnt abziehen mussten. Ob schon sie, wie ich eben gezeigt habe, an Liebessachen keine Freude hatte, so gefiel es ihr dennoch, wenn man ihr schmeichelte und sie tat, um die Liebhaber zu locken, gar oft als begünstigt es sie den und jenen oder als sei ihr Herz für einen entzündet. Aber am Ende, wenn ihr die Grille wieder durch das schöne Köpfchen flog, tat sie, als habe sie nie einen von jenen gekannt. Es begab sich, dass ein sehr reicher Jüngling, welcher aus einem der ältesten Häuser jener Stadt stammte, von den Streichen hörte, welche die Dame ihren vielen Liebhabern gespielt hatte. Er erkundigte sich genauer ihretwegen, und als er sah, wie schön und reizend sie sei, und jeden Tag nur an sie und an ihre herrliche Schönheit, die ihm nicht menschlich, sondern engelgleich vorkam, dachte, und stets lebendiger vor Augen hatte, als es sich ziemte, so fand er sich endlich so glühend in sie verliebt, dass er Sinn und Gedanken nicht mehr von ihr losmachen konnte, und einsah, dass er sich mehr in der Gewalt eines anderen Wesens als in seiner eigenen befände. Indem er so über verschiedenen Gedanken seiner neuen Liebe wegen brütete, an die Eigenschaften der Dame, wie man sie ihm geschildert hatte, dachte, und sich bald von Freude, bald von Schmerz durchdungen sah, je nachdem er hoffte oder verzweifelte, beschloss er endlich auf jede Weise, die ihm möglich sein würde, ihre Liebe zu gewinnen. Er begann daher oft in der Gegend zu Lustwandeln, in welcher sie wohnte, und da er sie den ganzen Tag unter der Türe oder an den Fenstern erblickte, so bezeigte er ihr stets seine unbegrenzte Ehrerbietung und verweilte, ob zu Fuße oder zu Pferde, bei dem Hause, um sich mit ihr zu unterhalten. Ob schon er es nicht wagte, ihr durch Worte zu entdecken, was in seinem glühenden Herzen vorging, so sprachen doch seine Augen und die brennenden Seufzer laut genug. Die Dame, listig und boshaft wie sie war, freute sich nicht wenig dieser Eroberung, und ihre Gewalt nur allzu gut kennend, beehrte sie ihn manchmal mit einem Seitenblick hier und schickte sich nach und nach an, sich ihm gewogen zu zeigen. Der junge Mann hatte eine Schwester, welche in der Nähe seiner Geliebten ein Haus besaß. Da es mir aus guten Gründen nicht gut scheint, die Warnamen dieser Leute hierher zu setzen, weswegen ich sogar den Namen der Stadt verschwieg, so wollen wir die Schwester des Jünglings Maria, die Dame selbst aber Eleonora heißen. Maria war Witwe und sehr reich, sie hatte nur einen Sohn, welcher noch klein war. Wenn nun Pompeo, so hieß der junge Liebende, in das Haus seiner Schwester wollte, so war er gezwungen, vor Eleonoras Wohnung vorbeizugehen. Dieses schätzte Pompeo für ein großes Glück, umso mehr, als seine Schwester sehr vertraut mit Eleonoren war und sie oft einander besuchten. Eines Tages war seine Kühnheit so groß, dass er der geliebten Dame das Feuer seines Herzens eröffnete und sie inständig bat, mit ihm Mitleiden zu haben und ihn als Diener anzunehmen. Er fügte noch viele andere Redensarten hinzu, deren sich Verliebte zu bedienen pflegen. Die Dame, welche sich um keinen Mann in der Welt bekümmerte und welche Pompeo, weil er aus einer der angesehensten Familien der Stadt stammte, nicht zum Besten haben wollte, sagte ihm, er möge sich eine andere Dame geneigt machen und ihr nicht mehr von ähnlichen Dingen sprechen. Dies schlug aber den Mut des Jünglings ganz und gar nicht nieder. Er fuhr fort, sie zu verfolgen und kam, so oft er eine schickliche Gelegenheit hatte, auf seinen Gegenstand zurück. Sie zeigte sich ihm aber immer härter und widerstrebender, worüber er denn in halbe Verzweiflung geriet. So standen die Sachen, als Pompeo einst durch Zufall erfuhr, dass Eleonoras Gemahl auf ein Landgut gegangen sei. Es war gegen Ende des Julius. Er brach daher auf, in der Absicht, zu der Geliebten zu gehen, mit ihr zu sprechen und zu versuchen, ob er sie für die glühenden Begierden seines Herzens, ohne dass ihr euch zu viel dabei denkt, geneigt machen könne. Die Liebe hatte ihn kühn und sicher gemacht. Er bestieg sein Maultier, ritt mit seinen Dienern vor ihr Haus, schickte alle die Seining mit den Tieren in das Haus seiner Schwester und befahl denselben, ihn dort zu erwarten. Er trat hierauf gegen drei Uhr allein in das Haus. Das Glück war ihm in diesem Falle sehr günstig, denn die Dame, welche nachmittags nicht zu schlafen pflegte, war in einem der unteren Gemächer und saß in einem Saale, der Türe gegenüber, mit Sticken beschäftigt. Als er in das Haus getreten war und niemanden fand, richtete er seine Schritte gerade gegen den Saal und steckte den Kopf hinein, wo er dann alsbald die Dame erblickte, ohne dass er von ihr gesehen worden wäre. Er trat ein und ging auf sie zu. Als sie ihr schönes Haupt in die Höhe hob, erblickte sie den Jüngling und erschrak sehr, denn sie war ganz allein und jedermann im Hause schlief. Sie sagte daher, ehe er ein Wort gesprochen hatte, »Ach Pompeo, wer hat euch so alleine hierher geführt?« Er machte eine ehrfurchtsvolle Verbeugung und erwiderte, »Er habe gehört, ihr Gemahl sei auf das Land gegangen und darum gewünscht, sie zu besuchen, um eine Weile mit ihr zuzubringen und mit ihr zu reden. Er sei von niemandem gesehen worden und habe, ehe er in das Haus getreten sei, seine Diener in das Haus seiner Schwester geschickt. Er wollte nun zu der Geschichte seiner Liebe übergehen, sie unterbrach ihn aber mit den Worten, »Ach, in welche Gefahr setzt ihr euch und mein Leben? Welchem Zufall gebt ihr meine Ehre preis? Mein Mann ist nicht aus der Stadt gegangen und es kann nicht lange dauern, so kommt er wieder nach Hause. Schon nach dem Mittagessen ist er eines Geschäftes wegen ausgegangen und muss auf dem Rückwege sein. Ach Pompeo, wenn ihr mich im Geringsten achtet, wenn euch meine Ehre einigermaßen lieb ist, so geht von dannen. Das Herz zittert mir im Busen, ich glaube, meinen Mann schon zu sehen.« Sie hatte kaum diese Worte gesprochen, als ihr Gemahl auf der Straße so laut redete, dass sie ihn an der Stimme erkannte. Auch Pompeo erkannte ihn. Die Frau zitterte vor Angst und auch Pompeo wusste bebend am ganzen Körper nicht, was er tun sollte. Der Gemahl blieb eine Zeit lang an der Türe, um mit jemandem zu sprechen, ehe er vom Pferde stieg. Indessen kam ihr ein kluger Einfall plötzlich zu Hilfe. Sie hieß Pompeo in demselben Zimmer, wo er sie getroffen hatte, in eine große Kiste kriechen und bedeckte ihn mit einigen Kleidern, welche da selbst waren, so gut, dass ihn niemand sehen oder bemerken konnte. Auch befahl sie ihm, sich auf keine Weise zu rühren oder zu bewegen. Darauf weckte sie eine ihrer Frauen, welche in einem Nebengemache schlief. Indessen war ihr Gatte die Treppe heraufgekommen und nahte dem Gemache. Eleonora sammelte sich und rief mit fester Stimme, »Wer ist da? Wer kommt?« Der Gemahl antwortete, trat in das Gemach und setzte sich auf das Bette, um auszuruhen. Darauf sagte er zu seiner Gemahlin, »Liebesweib, ich habe von einem armen Teufel eine alte Schwertklinge gekauft, die beste und feinste, welche du in unserer Stadt findest. Ja, vielleicht fände sich eine ähnliche nicht, und wenn man viele Meilen in der Runde suchte. Ich habe gedacht, sie ein wenig putzen und eine saubere Scheide von Samt dazu machen zu lassen, um sie einem unserer Freunde zu schenken, nämlich dem Hauptmann Brusco. Denn wahrlich einen so wackeren Mann, als er ist, ziert keine andere Waffe als diese.« Nach diesen Worten ließ er sich die Klinge reichen, zeigte sie seiner Gemahlin und sprach, »Sieh einmal und sage mir, ob du je eine solche gesehen hast.« Darauf erwiderte die Dame mutwillig lachend, »Ich verstehe ja nichts von solchen Sachen, welche nicht zu dem Geschäfte der Frauen gehören. Darum kann ich auch nichts von der Güte der Klinge sagen. Wenn ein solcher Degen schön eingelegt und zierlich geschmückt ist, dann gefällt er mir. Aber ich weiß nicht, was ihr mit so vielen Waffen und dergleichen Gerätschaften anfangen wollt. Es ist ja eine Menge davon in eurer Kammer. Und doch könnt ihr mit allen euren Degen und Schwertern nicht in drei Heben einen Pappendeckel entzweihauen. Ihr würdet besser tun, andere Dinge anzuschaffen und euer Geld zu nützlicheren Sachen zu verwenden.« »Oh ja«, versetzte jener, »wenn ich vielleicht Kopfputz und dergleichen Tant anschaffte, welche ihr jeden Tag haben müsst, denn ihr Weiber müsst immer nach der neuesten Mode gekleidet sein. Und wenn wir euch alles anschaffen wollen, was ihr wünscht, so müsste man ein Königreich besitzen.« »Ja, ja«, sagte sie, »schimpft nur immer auf die Frauen und widersprecht ihnen. Diese Dinge gefallen uns und gehören zu unserem Leben. Wenn wir uns so ohnehin kleiden, ohne unseren natürlichen Reizen durch die Kunst zu Hilfe zu kommen, so spottet ihr unserer und sagt, wir sehen schlecht aus, seien wie die Landmädchen gekleidet und schickt uns in die Küche. Und wie ihr hernach eine andere, besser Gekleidete seht, wenn sie auch nicht so schön ist, aber das Lärvchen recht hübsch angemalt hat, so lauft ihr der nach wie die Geisen dem Salze. Oh, ich kenne euch gar wohl. Und wann habt ihr je eine eurer unzähligen Waffen gebraucht? Nach dem vielen Waffengeräte, das ihr habt, sollte erscheinen, als wäret ihr ein Feldherr des Kaisers. Und doch könnt ihr, wie gesagt, nicht einen Pappendeckel mit dieser eurer Klinge durchhauen. Da müssten ja, erwiderte der Gemahl, meine Arme von Wachs oder Erstarrt sein. Bei Gott, ich wollte mit dieser Klinge ein Pferd mit einem Hiebe in zwei Stücke hauen. So herrlich ist die Schneide. Da lächelte die Dame, erhob sich, ging an den Kasten, in welchem Pompeo lag. Sie legte die Hand auf eines der beiden Kleider von karmesinfarbenem Sammet, von welchem der Liebhaber bedeckt war und sagte, ich wette mit euch, dass ihr dieses Kleid nicht mit zwei Hieben durchhaut, hier, wo ich die Hand habe. Und sie hielt bei diesen Worten die Hand auf Pompeos Bein. Es war der Dame unwillkürlich der Gedanke gekommen, dem Liebenden eine große Furcht einzuflößen. Darum lud sie ihren Gemahl ein, das Kleid zu durchhauen. Doch hatte sie nicht den Wunsch, dass er es wirklich tun sollte. Ihr könnt euch denken, wie dem armen Pompeo zumute war, welcher, als er die Worte der Frau hörte, eher tot als lebendig war und im Begriffestand aufzuspringen und seine Anwesenheit kundzutun. Da er aber bedachte, dass er allein und wehrlos, Eleonoras Gatte aber bewaffnet und von vielen Dienern umgeben sei, da musste er ruhig bleiben und geduldig erwarten, wie weit Eleonora ihren furchtbaren Scherz treiben würde. Er drückte sich zusammen, der Angstschweiß lief ihm von der Stirne in heißen Strömen herab und das Herz klopfte in ängstlicher Hast. Es schien nun bloß noch auf die Wette anzukommen, um das Kleid durchzuhauen. Der Mann sagte, höret Eleonora, ich weiß nicht, was ihr und was ich dabei gewinne, wenn ich diese zwei schönen Samtkleider zerschneide. Lasst uns mit etwas anderem den Versuch machen und ihr sollt sehen, welche eine köstliche Schneide dieses Schwert hat. Kein Rasiermesser kann schärfer schneiden. Nein, nein, rief die Frau, dieses Kleid soll gewettet werden und wenn er es durchhaut, so lasse ich euch einen reichen, reichen Mantel von Goldbrokat machen. Könnt ihr es aber nicht, so kauft ihr mir eine weiße Atlasrobe. Sie hatte einige Einkünfte für sich, welche ihr eine Tante hinterlassen hatte und die nicht unbedeutend waren. Deswegen konnte sie nach Gefallen mit ihrem Gatten eine Wette eingehen. Als der Mann seine Frau so hartnäckig darauf bestehen sah, dass die Probe an diesem Kleider gemacht werden solle, so ergab er sich endlich darein und sagte, seinen Arm erhebend, nun, wohin soll ich hauen? Sie hatte die Hand gerade auf das Bein gelegt gehabt, legte sie nun auf Pompejus' Schenkel und rief, nun, hauet zu, wenn ihr mit Ehren wegzukommen gedenkt. Ist es euer Ernst oder scherzt ihr bloß? Denn bei meiner Seele ich erfülle nun euren Wunsch mit einem Zuge. Es ist mein völliger Ernst, sagte sie, aber wartet noch und von da mitten auf den Hals rufend, nun, auf, hauet hier durch das gelbe Band und dabei hielt sie immer die Hand darauf. Ihr Mann setzte sich nun in die gehörige Lage und rief aus, gebt die Seite, wenn ihr sehen wollt, was dieses Schwert vermag. Unter und über dem Pompejus lagen noch viele andere Kleidungsstücke, deswegen sagte sie lächelnd zu ihrem Gemahle, wahrhaftig, ich glaube, ihr wäret so gut mir alle meine Kleider zu zerfetzen. Geht, geht! Denn wenn ihr sie mir zu Schanden gemacht hättet, so wüsste ich nicht, wo andere hernehmen. Unter diesen und anderen Worten führte sie ihren Gemahl aus dem Zimmer, welcher zu Pferd stieg und durch die Stadt ritt. Sie schickte darauf die Frauen in Geschäften aus, ging wieder in das Zimmer und befreite nun den armen Liebenden, welcher mehr tot als lebendig war und die Dame sich selbst und die Liebe mehr als tausendmal verwünscht hatte, aus seiner martervollen Lage. Nachdem dieses Geschehen war, sagte sie lächelnd zu ihm, nun, macht, dass ihr fortkommt und belästigt mich nicht mehr mit eurer Liebe, denn so oft euch die Lust ankommt, auf diese Art zu mir in das Haus zu kommen, bezahle ich euch mit dieser oder vielleicht mit einer noch schlechteren Münze. Darauf erwiderte Pompeo, nachdem er sich einigermaßen gefasst hatte, meine Dame, gebt nichts anderem als meiner übergroßen Liebe die Schuld, dass ich ein solches Wagnis unternommen hatte. Er wollte noch weiterreden, sie aber nichts mehr hören, weswegen er, niedergeschlagen von Liebe und Unwillen, plötzlich hinwegging. Indem er nun nachdachte, wie er die heißen Begierden der Liebe und der Rache befriedigen könnte, kam er auf einen seltenen Gedanken und wartete nur auf eine gute Gelegenheit, ihn auszuführen. Vorher verfolgte er die Dame und machte ihr den Hof. Diese aber konnte sich, so oft sie ihn sah, kaum des Lachens enthalten, da er jedes Mal einfiel, wie schön sie ihm mitgespielt habe. Bald darauf musste Eleonoras Gemahl eine Reise nach Rom machen, wo er, wie Pompeo wusste, einige Monate verweilen musste. Pompeo stellte sich an dem Tag, wo Jena abreiste krank und ließ das Gerücht in der Stadt verbreiten, als sei seine Krankheit von der größten Bedeutung. Er blieb einige Tage in seinem Zimmer verschlossen, hielt sich einen Arzt, welcher ganz nach seinem Willen verfuhr, da er ihm große Versprechungen gemacht hatte. Auch unterrichtete er seine Schwester Maria von allem, was er vorhatte. Diese lud eines Tages Madonna Eleonora zu sich ein und bat sie, bei ihr zum Mittag zu essen. Diese nahm wegen der großen Freundschaft zwischen ihnen den Antrag gerne an. Während sie an der Tafel saßen und Peos Krankheit sprachen, kam in Eile ein Diener, welcher zu Frau Maria sagte, Ah, Signora, euer Bruder hat eben einen heftigen Anfall gehabt und seine Sprache gänzlich verloren. Lass du gleich anspannen, antwortete sie. Eleonora tröstete sie und erbot sich, sie zu begleiten. Sie stiegen nun in den Wagen, welcher mit ihnen die Straße entlang nach Pompeos Wohnung rollte. Sie wurden in das dunkle Krankenzimmer geführt, gingen zu dem Bette und die Schwester sagte, Bruder, sei guten Mutes, siehe, hier ist Eleonora, welche dich zu besuchen kommt. Er sprach einige unverständliche Worte mit matter Stimme, als lege er in den letzten Zügen. Die Diener hatten sich, da sie wohl unterrichtet waren, hinwegbegeben und nicht lange darauf entfernte sich auch Dona Maria unter einem Vorwande und schloss die Türe ab. Als der schlaue Jüngling sah, dass seine grausame Geliebte in seiner Gewalt sei, sprang er aus dem Bette, schlang seine Arme um ihren Hals und sagte, Ihr seid meine Gefangene. Sie wollte sich loswinden, aber ihre Mühe war vergebens. Da sie einsah, dass das Schreien nichts helfen würde, so weinte sie, schmähte auf Maria und nannte diese eine schändliche Verräterin. Der Jüngling suchte sie mit liebevollen Worten so viel wie möglich zu trösten. Er sagte ihr, sie möge sich zufrieden geben, denn sie würde nicht eher seinen Händen entrinnen, als bis er sein Vorhaben ausgeführt und sich wegen des grausamen und fürchterlichen Streiches, welchen sie ihm neulich wieder alles recht gespielt, vollkommen gerecht habe. Sie wollte sich auf keine Weise zufrieden geben, sondern stolz und eigensinnig, wie sie war, entbrannte sie in Zorn und Wut, weinte beständig und schien, dass er sich so in der Gewalt des ungestümen und aufgebrachten Liebhabers sah, fast zu verzweifeln. Nachdem sie Pompeo eine Zeit lang hatte weinen und klagen lassen, hielt er nun vor, wie unverantwortlich sie sich an ihm vergangen habe. Ihr wisst, sprach er, wie lange ich euch gedient habe und wie nichts in der Welt gewesen wäre, dass ich nicht das Liebe zu euch vollbracht hätte. Eure freundlichen Blicke sagten mir, dass ihr mich gern sehet und dass ich gegen Liebe hoffen könnte. Da ich nun keine schickliche Zeit und Gelegenheit fand, euch die glühenden Flammen meiner Seele zu eröffnen und euretwegen mich Ruhe und Friedenslos sah, so hatte ich mich entschlossen, die Abwesenheit eures Mannes zu benutzen, welcher, wie man allgemein sagt, auf das Land gegangen war. So kam ich zitternd und wagend in euer Haus. Ihr werdet euch erinnern, auf welche Weise und wie ungerecht ihr mich behandelt habt. Wenn euch vielleicht euer gefühlloser Stolz der äußersten Angst sollte vergessen haben lassen, die ihr mich in jenem Augenblick erleiden ließet, so wisst, dass ich das nicht vergessen habe, dass ich es nie aus dem Gedächtnis bringen kann, wie ihr mich, ohne dass ich es verdiente, der Todesgefahr ausgesetzt habt. Ihr hättet dieses Verfahrens gegen mich euch nicht bedienen, sondern, da ihr mich kanntet und wusstet, wie ich euch liebe, mir auf eine glimpfliche Weise es zu verstehen geben sollen, wenn euch meine Liebe zuwider war. Ich hätte dann meinen Sinn auf etwas anderes gewendet. Jetzt will ich euch das in vollem Maße vergelten, was ihr mir getan habt. Da ich wusste, dass ihr nicht von freien Stücken in mein Haus kommen würdet, so habe ich euch durch Liest hierher zu locken gewusst und da ihr nun hier seid, so werdet ihr das gutwillig zu tun euch nicht weigern, wozu ich euch mit Gewalt zwingen kann. Endlich, nach langem Sträuben, ward sie genötigt, sich zu entkleiden und mit dem Liebhaber das Bett zu besteigen. Dort versuchten sie sich mehrmals im Kampf spiele und die Rolle der Unterlegenen fiel immer der Dame zu. So gewann Pompeo an ihr das zärtliche Vergnügen, nachdem er sich so lange gesehnt hatte. Dann öffnete er die Tür eines Nebenzimmers, in welchem ein reich geschmücktes Bett stand und hieß die Dame eintreten. Das Gemach war auf das Prachtvollste verziert, die Wände mit reich gesticktem, purpurrotem Samt ausgeschlagen, in der Mitte stand ein kostbarer Tisch mit einem seidenen Teppich bedeckt, auf zierlichen Gestellen prangten Blumenvasen in der Runde, deren Wohlgeruch das weite Gemach erfüllte. Stühle von Karmesinrot im Samt standen da, herrliche Gemälde von der Meisterhand Leonardo da Vinci zierten die Wände. Dieser Pracht angemessen war das Bett, mit den weichsten Gold- und Seidendurchwirkten Polstern, mit atlassener, goldbefranster Decke, wunderschön gearbeitet und mit seidenen Vorhängen von purpurroter Farbe geziert. Unterdessen hatte Pompeo 20 der vornehmsten jungen Edelleute der Stadt zu sich einladen lassen. Als man ihm deren Ankunft meldete, ging er in das Gemach, zog die Gardine dieses Bettes weg, hieß die Dame sich entkleiden und bedeckte ihr Gesicht, nachdem sie sich niedergelegt hatte, mit einem reichen Schleier, ließ das Gemach mit Aloe-Holz und anderen Wohlgerüchen Arabiens räuchern und schärfte der Dame ein, bei allem, was sie hören möchte, sich ruhig zu verhalten. Hierauf begab er sich festlich geschmückt zu den Gästen, welche er auf das freundlichste empfing. Diese betrachteten ihn mit der größten Verwunderung, da jeder ihn für tödlich krank gehalten hatte. Er konnte sich den Grund Meine Herren und Freunde, ich glaube wohl, dass ihr euch sehr über mich wundert, da ihr mich, den ihr in schwerer Krankheit da niederliegend zu finden, vermutet habt, gesund hier sehet. Es ist wahr, ich befand mich sehr übel und schwebte in Todesgefahr, aber heute nahm ich eine heilsame Arznei, welche mich, wie ihr sehet, hergestellt hat. Da ich weiß, welchen Anteil ihr an meiner Krankheit nahmt, so wollte ich nicht unterlassen, euch zu Zeugen meiner Genesung zu machen. Ich will euch also dieses köstliche Mittel, welches mich hergestellt hat, sehen lassen, wenn ihr mir versprecht, euch bei allem, was ich tue, ruhig zu verhalten. Und da führte er sie in das Gemach. Alle, die hineintraten, glaubten sich in ein Paradies versetzt, so schön war die Art und ein so süßer Duft quoll ihnen entgegen. Eleonora aber, welche sie kommen hörte und vielleicht an den Stimmen einen Verwandten oder Bekannten erkennen mochte, wollte vor Angst vergehen, da sie nicht wusste, was Pompeo tun würde. Alle Bewunderten und Priesen einstimmig die prachtvolle Anordnung und als jeder begierig war zu sehen, wer in dem Bette läge, sagte Pompeo, Nach diesen Worten nahm er langsam die Decke des Bettes hinweg, so dass die Dame nur von der feinsten Leinwand bedeckt da lag und kein Teil des reizenden zarten Körpers ganz verhüllt war. Dann hob Pompeo die leichte Hülle ein wenig auf und es zeigten sich zwei kleine längliche Füßchen von der blendendsten Weiße. Die Zehen glatt und zart glichen dem Elfenbein, die Nägel den schönsten Perlen, er war nahe daran, die ganze Hüfte aufzudecken. Pompeo fragte nun, nachdem er die Knie und die Hüften aufgedeckt hatte, wie ihnen ein solches Heilmittel gefalle und alle lobten und priesen es über die Maßen und wünschten nichts mehr als Hierauf zog er die Leinwand weiter zurück und zeigte den Busen. Dieses war für die Zuschauer ein überaus entzückender Anblick, denn wenn der übrige Körper auf das Herrlichste gestaltet war, so war die Brust über allen Glauben wunderbar schön. Mit unendlicher Lust betrachteten sie den fessellosen, blendend weißen Busen, zwei glänzende, alabasterne Halbkugeln, rund und frisch, ein leises, zitterndes Wogen und Schwellen vermehrte den Reiz und erfüllte jedes Auge mit trunkenem Entzücken. Alle waren nun gespannt, das Antlitz dieses Engels zu schauen, als Pompeo plötzlich die entblößten Glieder wieder bedeckte und die Edelleute in den Saal zurückführte, wo Dona Maria Früchte, wie sie die Jahreszeit mit sich brachte, Konfitüren und die feinsten Weine hatte auftischen lassen. Während die Gesellschaft nun zu Tische saß, ging Pompeos Schwester zu Eleonoren, welche noch im Bett lag und sagte, vergib meine Freundin, dass mein Bruder dich so behandelte. Seiner Meinung nach, Eleonora unterbrach sie weinend und bat, ihr ihre Kleider zu geben. Darauf kleidete sie sich an und schmähte auf Maria, dass sie ihre Freundin so habe verraten können. Unterdessen kam auch Pompeo herzu, grüßte sie und sagte, meine Dame, ich glaube, wir dürfen uns nun versöhnen, denn wir sind ausgeglichen. Es war ganz natürlich, dass ich jenen Streich nicht unvergolten lassen durfte. Er fügte noch manches andere begütigende Wort hinzu, so dass sich Eleonora endlich zufrieden gab. Und als sich Dona Maria entfernte, warf er sich ihr zu Füßen und bat sie um Vergebung. Er umschlang ihren Hals und küsste sie zärtlich. Als Eleonora fühlte, dass Pompeos Küsse süßer und seine Umarmungen feuriger waren als die ihres Gatten, so ließ sie ihren Zorn ganz fahren. Und so geschah es, dass sie sich noch lange Zeit ihrer Liebe erfreuten. Eleonora ward von nun an die Sanftmut und Gefälligkeit selbst und ließ sich nie wieder einfallen, einen Mann zum Besten zu haben. Darum, liebe Frauen, hütet euch, der Männer zu spotten, wenn ihr nicht euren Scherz vielleicht doppelt vergolten sehen wollt.